Hopp mit Schlauch und Stämme, ich ne nebeneinander. Jawoll, jetzt kommt Frau und Papa. Die Küche geht kaputt. Scheißegal. Scheißegal. Schönen Küche, so weit ist es nicht abgemacht. Jetzt packt sie gut. Wo ist eine drin? Propst sie raus, mach sie fertig. Bremsau! Die müssen mich hier gerade so konzentrieren. Papa, wenn es das Jahr anbringt, dann ist das Innere weg. Hätt ich die Faxe, wenn ich da an so Krummschrauben dran bin, mir würde 20 Leute zugucken und würde noch dumme Bemerkungen ablösen. Hätt ich die Faxe. Danke. Wie gut, dass du schon gepatzt hast. Ja. Und ich feiere ab sofort nicht mehr, weil die Rache von Sandra ist ganz... Das wird schwach sein worden. Nein, du schaffst doch eigentlich gar nicht mehr, dann tun wir nix, oder? Das hat die Dinger freigeschnitten. Hat er nicht mit der Schere geschnitzt? Strafarbeit. Ich glaube, das war der Gutschein hat Martin, dass wir so farblich passen, zusammensetzen. Martin, wenn du da rauskriegst, kannst du sagen, da fehlt doch ein Fütter-Euro-Schein. Kannst du den Dinger offen kommen? Das darf ich mal nicht sagen, so Sachen. Ich hoffe, wir haben jetzt einen Gefühle schon hingeschrieben. Ich muss mal sehen, wir sind nicht dran, der Produkte, wo kein Fahrer, der so gescheit ist, ein Fahrzeug auf der linken Seite, in der Tunnel-Krankenreihe, da habe ich gedacht, oh ja, jetzt mit Urlaub, rechtlich sein, voll durch die Tunnel durch. Na ja, sie ist noch jung, vielleicht lernen sie noch was. Der große Mann mit der Tunnel-Phobie da hinten. Ihr zieht den Tunnel nur, da gibt der schon Gas. Nee, ich bin in den Tunnel und dann mache ich mal langsam. Ich verstehe. Ich lasse dich voll. Ja, wenn sie ihn wahrnehmen, ich fahre nach Tunnel irgendwann mal Kameras installiere, komme ich ins Reiniger-Fanzen. Die Opfer alles bedeckt sein. Wenn wir, wenn wir eine Fahnen-Fahne, das zeigt, dass jemand sah, dass das gut versteckt ist. Ich habe die Vibrationen gespürt im Bodenblech, wie der vorne Gaskepp hat. Ja, da habe ich gemerkt, der springt unten das Teppich vom Bodenblech hoch. Das ist nur Plastikbomber, da kannst du abfahren. Das wackelt nur der Schwarze mit dem Stoffdach, die anderen sind noch ganz. Es soll aber dann gleich richtig kaputt machen, weil jetzt ist egal, da geht er in den Winterstoß, dann gibt es keine Neue. Willst du einen Zehner holen? Willst du einen Zehner holen, Mustang 2010er? Nein. Dann gibt es keinen Neue, dann gibt es einen anderen. Dann gibt es einen Schelfi. Nein, 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 nein. Aber sicher. Die Option habe ich schon, ich habe schon genug die Woche gemacht. Weil du nimmst Schweine, hat deine Mutter gesagt. Weil es krank wird, ist ja besser. Sie nimmst es so einen Schalter. Um Sitzheizung holen. Sitzheizung. Sitzheizung? Das ist prachtig. Wenn sie geht. Ich habe gerade was gehört. Was willst du gehört haben? Was willst du gehört haben? Wie viele Hände noch in der Maru? Sauber. Das will sie zum Campis kommen. Hast du die große Graubox gesehen? Da ist unten betoniert die Blatt drin? In der Graubox? Ja sicher. Ja sicher. Hier ist ein Wasserhund. Da muss ich den Schreiber reinlegen. Ich stelle noch bis hin. Du brauchst was zum Sitzen? Also langsam. Guck, 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 guck. Ich habe dann noch was. Das ist doch gar nicht die betoniert Kischt. Wo ist denn die jetzt? Die kommt noch. Sie ist gefüllt mit Gulle. Das ist der, wie nennt sich das? Appetitanreger. Und dann noch so liegen. Andauernd andere Schraubekappen. Ja allerdings. Und dann ohne Hilfe jetzt. Mo Torg, mo Kreuz, mo Schlitz. Ja ja. Was soll ich denn nicht machen? Wenn er ganz link gewesen wäre, hätte er versaute Kreuzschrauben ringgemacht. Oder hätte sie, wenn sie den Oben rund gedreht. Ja. Das wäre link gewesen. Das wäre Sache eigentlich. Ich hätte mir mal Kreuzschrauben ziehen. Ich sage, ich muss mir, dass sie die Rund kennen, die Dinger. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das neue noch was essen kann. Es kann kein Kabel mehr haben, kein Löffel mehr. Und mit dem Schraubenzieher Tiramisu ist es schlecht. Sag mal, Zungen. Ich nehme ich da nur zu. So tief ist das. Denken wir mal noch mal. Da ist die. Kommst du da dran? Wo ich dran kommen will, komme ich dran. Ach, du tapezierst die Wohnung dann auch durch den Briefschnitt. Das ist ja. Drei. 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 Halt. Was ist los? Nix, nix. Immer noch nicht fertig. Das ist ein großer. Zupi. Aber da haben wir das Essen geplant. Ja, das Essen war eigentlich um sechs schon geplant. Eigentlich vor zwei Stunden, ne? Aber das Mädel kommt ja nicht voran. Das Essen ja schon muss. Na gut. Vom Barbecue brauchst du. Du musst noch ein bisschen ein bisschen essen. Geh mir nicht, dass du sagst. Wie das gehen kann. Ja, und das ist ja, ne? Ja, wer weiß, was hat. Na geh. Wenn ihr wisst, was hat. Wenn ihr wisst. Ha? Wenn ihr wisst. Da sind Haufen drin. Ach, ähm. Wir haben die Kumpel so drauf, wo du es gesehen hast. Zehn. Ach, die kennen dich schon auch. Hast du die Letzte hingestellt? Ich hab eigentlich mehr Kommentare erwartet. Aber der wird jetzt wenigstens warm. Hat der nur freiwillig die Dori gestellt, weil der Topf wahrscheinlich sagt, dann stellt ich sie alle gerade. Ich glaub's, ja. Aber vielleicht morgen ja noch Winter. Für die Drachen. Ach, ja? Ja. Denk ich, ja. Wenn wir aufpassen, finden wir gar nicht. Wenn morgen steig ist, wenn ich schwindel. Wann sollst du noch was essen? Halt, klappt. Halt, schneller, ich hab geholt ab. Ohohohoho. Das will ich aber nicht. Wenn du jetzt fertig bist, verrutschst und dann wie mal die Kischchen... Also wegen dem 3 Schrauben wirst du deinen Akkuschrauber holen. Du hast doch bald geschafft. Es gibt ja gute Blosser an der Hand. Neue, wenn du das jetzt trinken willst, du hast Bier. Oh Gott.